Wir sind in Nummer 10. 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 Okay. 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 Wir sind in Nummer 10. Wir sind in Nummer 10. Das ist krass. 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 Ja! Ja! Woohoo! 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 Ahhhh! Ja, ganz gut! Woohoo! Ja, das ist ein Mann! Ja! Ja, als Mann! Wenn ihr ein Mann, was ihr? Wenn ihr die Verteidigst! Oh, was ihr? Ja! Ja, die Verteidigst! Ja! Na! 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 Ich hab dich wohl Ich hab dich wohl Was? Leute, machen wir noch eine Pause. Machen wir noch eine Pause. Ich hör mal. Ich hör grad, wir sind gar nicht in Bremen. Leute, wir sind gar nicht in Bremen. Wir sind Leipzig. Warte. Doch, genau, ihr seid in Leipzig. Hamburg! Wir sind in Hamburg. Hamburg sind die Woche mal leer. Es geht um Kirschschlacht um. Ah. Naja. So, unser nächster Song. Es geht um Kirschschlachtung. Ähm, heißt 1,99. Bemühen, Kirschschlachtung gerne. Wie willst du bei Woolworth? Bei Woolworth, du kannst das nicht. Kennst du? Hast du auch Lust? Kann man das nicht? Wenn jemand Bock hat, da vorne ist unser Merchall-Einstand, da gebe ich Kartonage. Kartonage für 0 Euro, aber nur eine. Eine. Wir haben die letzte Kartonage, steht noch da. Seht zu, dass ihr noch einen abgreift. Okay, aber der nächste Song ist ein bisschen halbiger. Sexy. Halt mal! Was? Hier, stimmt was nicht. Wird mich runtergebombt. Vorsicht, die Plex. So. Ja, dann geht mal los, ne? Also, Tierstachtung ist nicht so schön, deswegen dieser Song. Genau, wir lieben Tiere, deswegen diesen wunderschönen Song. Schiff. Ganz dank einer von euch, die im Hamburgern, werdet es sonst immer anzünden. Genau, die mal ein Feuerzeug mit. Wenn jemand ein Feuerzeug hat und Bock hat sich an das Programm zu bescheidigen, dann will ich ihn mal anzünden. Das wär geil. Also, Hamburg, ich zähl auf euch. Wir sind ja auch gut. Ich hab den Zerbler mal kurz ausgemacht. Hat jemand Feuerzeug für uns? Im Allgemeinen, mal. Super, danke. Das waren wir seit sechs Jahren, wir haben schon 40 Stimmen. Ich hol mir das wieder! Gut. Ja. Okay. Warte mal, du spielst doch eh nix. Werdet ihr euch doch mal einig? So, der nächste Song, es geht um Tierschlachtung. Wir mögen Tierschlachtung, deswegen dieser Song. Und deswegen noch dieses Liebesliebe vorweg. Oh, 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 oh. Genau. Wir suhlen uns. Ich könnte mir jetzt einen runterholen. Ach. Herr Beckels. Ich bin hier. 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 Na ja. Los geht's. Ich sag vier. Du sag vier. Es sag vier. Ich sag vier. Du sag vier. Du sag vier. Yes sag vier. Und du sag vier. Du sag vier. Oder du sag vier. Çok fiel. Moh, oh oh. Ich sage dir. Du sagst mir. Ich sage dir. Du sagst mir. Amont Fischi. In der Fähne! In der Fähne! Juhs in der Fähne! In der Fähne! Ja, dann holen wir den Pferd. Bist Leute Leute Das brennt ja noch nicht. Das ist vorbei Feuer Feuer Vielen Dank, ein Applaus. Dankeschön Musik 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 Hey DJ Ich pack dir richtig an Aber für die schöne Anner shirt für einen Applaus Ihr seid grandios Der nächste Song bleibt Hey DJ Das hat er ein wunderschön in Volina Feuerzeug Die bräuchten dann noch ein Feuerzeug für die Brünlikan Es kommt in ein Slán Nein, wirklich, Water Still Der heißt auch Jan Nickel. Ja, blüht wir uns jetzt schon so ein bisschen? Ganz im Ernst jetzt. Nächstes Mal ist Hey DJ. Er hat eine Peräute. Und den könnt ihr da vorne auch neben der Kartonage köpfe hier werden. Stimmt. Da gibt es ja wohl überhaupt nichts mehr zu sagen. Also. Ich drück mal den Zelfel an. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey Ron. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ! Hey DJ! Ich hab' dir auf dem Plattenteller! Hamburg! Vielen Dank! Dankeschön! So, und jetzt mal eine intime Frage. War jemand schon von HFM? Warum? War schon mal jemand von euch in Lüneburg City? Ja, immer. Ja, nicht so sehr mit dem höchsten Text. Das Problem ist, dass der Text schwer ist. Und deswegen fastbade ich mich jedes Mal. Das habt ihr ja gemerkt, aber die anderen Texte davor waren immer sehr schwierig. Und der ist jetzt relativ einfach, deswegen fastbade ich mich mal so ein bisschen. Aber nehmt es mir nicht übel. Es geht um Lüneburg und es geht um Busse, die ohne Reifen fahren. Glaube ich. Was? Vielleicht sollte man sagen, dass das gar nicht Unter-Song ist im Grunde genommen. Ja. Sag du mal. Der wird das gar nicht unter-Song ist im Grunde genommen. Und los geht's! Bitte sag mir jetzt sofort! Was läuft falsche Lüneburg? Bitte sag mir jetzt sofort! Was läuft falsche Lüneburg? Ach was für eine schöne Stadt! Ach was für eine schöne Stadt! Ach was für eine schöne Stadt! Wir haben Wachsternhäuser! Wir haben Wachsternhäuser! Wir haben Wachsternhäuser! Die sind aus Geschwimften! Die sind schön! Hier komm ich aber gerne ein! Aus Kaufkauf! Wir haben einen Kurpark! Dann kann man spazieren gehen! Wir haben einen Schwimmbad! Dann kann man auch schwimmen! Ja wir haben sogar einen Haarstatt! Dann kann man kaufen gehen! Aus Countrykultur! Ja das haben wir auch! Wir haben sogar einen alten Kran! 20 Minuten Euro! Dann darf aber keiner raus! Jetzt kommt der Deckmannschuss! Und eine Scheissau! Alle sind verträgt! Wenn diese Seissau überall und der Schat entzert! Und die Skatte entzert! Und den Skatto haben wir auch! Dann kostet das 4,7 Euro! Ja? Plus 9,9 Euro Pfand! Die Ilmenau, Zeichen um die Ecke! Die Ilmenau! Die Zeichen um die Hicke! Das sind die Schiffe! Uh, nein die Schiffe! Wir haben die Schiffe! Aber Schiffe! Bitte sag mir jetzt sofort! Was geht falsch in Lüneburg? Bitte sagt ihr jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Ach, diese wunderschöne Stadt, wir fahren Busse, leider nur bis ab, aber dann, kommt der Saalse, dann kommt der Saalse. Aber für mich schön ist das, aber für mich schön ist das, aber für mich schön ist das, ah, ah, ah. Denn die Beine in die Hand, schau auf die Uhr, oder du bleibst hier einfach stehen. Denn die Beine in die Hand, schau auf die Uhr, bitte, bitte, bleib hier einfach stehen. Und jetzt! Bitte sagt ihr jetzt sofort, was läuft falsch in Lüneburg? Bitte sagt mir jetzt sofort, macht euch bald in Lüdenburg. Alles so tüttelt, ey. Nimm die Beine, ja! Nimm die Beine, ich hab voll hier jetzt schon schwieren an den Knien. Soll ich die mal sehen? Zeig mal, ja? Ich wollte das nicht. Ich seh nichts. Entschuldigung. Und das ist beim Alter. Das hast du nicht vergessen. Wollte ich jetzt leiser gedreht aufs Straf? Nein. Nein, gut. Herr Nickel. Schönen Dank. Hamburg, Dankeschön für den. Wo alle gerade so ausrasten sind. Wollen wir die Pogonese? Ja, komm, die Pogonal. Wo hier schon mal so in zwei Gruppen steht. So, die eine Gruppe Ost, die andere Gruppe West. Oder wir wollen lieber 1 und 2 sagen. Ost und West sind mal so politisch. Dann machen wir A und B. A und B ist besser, oder? Oder schwarz und weiß. Hohoho, das geht echt nicht. Wir machen schwarz und weiß, das ist gut. So, das ist klasse. Ich frag einfach mal Herrn Jan Nickel hier. Wie denken Sie es denn? Schwarz oder Weiß? A und B? Ja. Das klang wie schwarz und weiß. Ja, wir müssen mal schreien. Wer will denn schwarz, dann werden wir weiß sein. Wir fragen mal so. Ihr seid weiß. Das ist schwarz. Ihr seid schwarz. Die sind sogar fast alle schwarzer. Und ich kann es nicht sagen. Ihr kennt wie die Polonaise, das ist euch ja geläufig. Das könnt ihr übrigens auch gut auf Oktoberfesten nachmachen. Oder Hochzeiten. Ihr macht eine Polonaise, eine eigene, während da so vor dem Hauptzelt eine Polonaise. Und dann probt ihr die Polonaise mit der eigenen Polonaise um. Das ist die Polonese. Wir probieren es jetzt. TM, klein um. Ich komme nicht auf die Idee, dass ihr das aufhört. Erlaubt machen. Und der Song dazu als Information ist einfach sinnlos. Er ist überhaupt nicht sinnlos. Nein, gar nicht. Er hat überhaupt nichts mit Polonaise zu tun, aber er passt einfach zum Rumschmacken. Geht auch 10 Minuten oder so. Einen schönen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, die Spiele hier sind klar. Schwarze Polonaise, weiße Polonaise. Warte mal, Tim. Euer Ziel ist Una. Oh, mein Handy. Wer hat denn mein Handy? Das ist deine Mutter. Ey, mit dir einen Schuss gemacht. Richtig. Kann ich nicht sein. Ok. Egal. Scheiß drauf. Ihr Wanger. Also ich mache die weiße Polonaise, ein weißes T-Shirt, du die schwarze. Wir machen die schwarze, ok. Schon zwei Künftige Songs, damit ihr euch ja schon ein bisschen ausruhen könnt. Ja. Also ihr könnt euch schon mal formieren. Schwarze Polonaise, bitte da formieren. Weiße Polonaise, bitte da formieren. Und andere, die Roni sind alle weg. Der Song ist Information. 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 Schenk mir eine Idee. Information. 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 Der Vorpassion, der Vorpassion, der Vorpassion, der Vorpassion, okay, den Aufpassen, Apozini, macht euch berühmlich, erst mal den Schatz, erst mal den Schatz, okay, jetzt geht's los, okay, Apozini, runter in die Knie, die, 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 die Die Formation, die Formation 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 in Formation, in Formation, in Formation, in Formation. Also vielleicht haben viele Leute auf den Song Niki Lauder gewartet, wir müssen ihn leider aus dem Programm nehmen. Entschuldigung dafür, stattdessen haben wir den anderen, so einen alten Kandui-Song, vielleicht haben wir Bock drauf, wollen wir? Machen wir, ne? Machen wir! Alle, alle, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, die kleine Country Band. So muss ich auch noch was warten, ne? Ich darf ja nicht anziehen. Ich bin so eins, zwei, zehn. Ja, ich weiß es gut. Und auf geht's! Die Leute, jeder kennt, sie hat sich immer leicht gehapscht. Ich spiele schon in Hamburg, es ist doch keine Paniker. Bei jeder Sache, das ist ganz super dran. Es gibt doch keine Chaos hier. Wir befinden uns nicht im wilden Westen. Er hat sich für die Welt. Zwo, drei, vier! Der wilde Lederweste fängt bei Finner Hamburg an. In einem Studio, den Maschen, Leit bei der Automan. Ihr hört von der Geigen, wenn ihr uns fliegt an. Hier wird viel gut gelangt. Die Cowboys von der Mordeca. Mit jedem der Schwestern. Eine machen wir noch, eine machen wir noch. Eine machen wir noch, eine machen wir noch. Mit Helm. Um die Erinnerung zu machen, dass Niki Lauda ja Mike zitierte. Mit Helm fangt du mal an. Ob du aus Bayern kommst, oder in Bayern wohnst, das ist doch so weit. Von und egal, das sind wir uns so nah. Die Hauptsache ist, das wird noch tiefer. Und stehen wir wie ihr lokal. Mit einem Verkaufst, mit einem Verkaufst, mit einem Verkaufst oder eine kleine Kasse erst. Mit dem Maul stehen da oben. Wenn du Niki Lauda hörn! Lauda! Niki, Niki, 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 Lauda! Schlaf mal rein, es wird Zeit für nen Stunt. Scheiße, hast du das Feuerzeug noch? Ja. Geil. Den haben wir gar nicht mehr anders vorgestellt. Nein, ja. Schade. Geil. Klappe, alles eins an. Ja klar, Timo schlägt, er macht jetzt was, er hat jetzt gemacht, er wird dem taglichen Unfall Niki Lauda nachstellen, weil der macht den Motor an. Und das ist keine Sport, der macht den Motor an. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Ja, ich kann das Feuerzeug noch nicht mehr aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020